Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die Erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Meine Mutter hatte den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz. Hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Ich grüße dich, ich bin der Memo Fried. Wir werden mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das jetzt immer ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber das Beste ist nicht schlimm. Ey, meinst du nicht für uns beide denken, du musst nur wie gut aussehen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Wie geht'a? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Purer Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Mit... Mit...